Ich glaube, wo wir über Führungskapital gesprochen haben, wo das ein bisschen öfter gekommen ist, wo ja einfach diese Vertrauensebene haben wir ja auch erwähnt. Und da spielt das ja natürlich massiv hinein, dass man einfach das Vertrauen hat, von beiden Seiten über das zu sprechen, womit man sich selber wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, weil dann sind wir nämlich genau bei den Dingen, die du jetzt aufgezählt hast. Es geht nicht darum, dass ich alles bis ins Detail teilen können muss mit allen Menschen um mich herum im Team. Aber es muss quasi so ein Grundverständnis da sein, dass wenn ich Probleme habe und nachdem wir jetzt noch im Arbeitskontext sind, wenn ich Probleme habe, die sich auf meine Arbeit auswirken, dass es dann ein Vertrauen gibt zwischen mir und meiner Führungskraft zum Beispiel, dass ich dort hingehen kann und sagen kann, hey, es ist, man muss das ja nicht benennen, aber man kann sagen, ja, es ist einfach schwierig, ich brauche vielleicht dort mehr Feedback oder mehr Unterstützung, weil die Deadline wird mir zu knapp, aus den und den Gründen. Da ist aber wieder das Spannende eigentlich, in diesem Prozess mal hinzukommen, weil das ist ja auch für eine Führungskraft ja nicht super einfach zu hören, ja, ich schaffe das nicht bis zu dem Zeitpunkt. Und da muss ja ein Vertrauen da sein, dass man sagt, ja, okay, ich kenne die Person halbwegs gut, muss jetzt nicht ins Detail gegangen sein, aber ich weiß, dass das ein Problem ist, was einfach so massiv ist, dass man in der Arbeit quasi davon was spürt. Und dann kann ich wieder als Führungskraft gehen, wie wir es ja das letzte Mal gesagt haben, man muss ja unterstützend wirken, dann kann ich entsprechend darauf reagieren und sagen, okay, dann versuche ich anders zu delegieren oder etwas anders einzuteilen, dass du dann damit zurechtkommst sozusagen. Und das finde ich eigentlich interessant, weil das ist halt wirklich zu dem Punkt, dass so etwas möglich ist, sowohl im Team als auch von der Führungskraftseite, das ist der Prozess. Also das wird nicht klappen für mich als Führungskraft, wenn ich das erste Mal mein Team bekomme, wird das nicht beim ersten Schurfix so klappen, dass so übrigens, wenn ihr irgendwas habt, kommt sofort zu mir und dann klären wir das. Das wird so nicht klappen, sondern das ist einfach dieses Beziehungsmanagement, was du gerne erwähnst, das ist halt eine Kernkompetenz, müsste man fast sagen. Das ist einfach dieses Beziehungsmanagement, was du gerne erwähnst,